Liebe Mitarbeiter der Sparkasse Bremen, mein Name ist Christopher Müller und ich bin Geschäftsleiter der Fitnessparkgruppe. Ich freue mich besonders in diesem Video Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir für alle Mitarbeiter auf der Warteliste, die gerne mit Firmen Fitness beginnen würden, eine schnelle Lösung gestrickt haben, die so aussieht, dass Sie einfach sich ein Studio der Fitnessparkgruppe aussuchen und einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren, in dem wir Ihnen weitere Details erklären. Unter dem Strich wird es so aussehen, dass Sie das Angebot die ersten vier Wochen kostenlos nutzen dürfen, um erstmal festzustellen, ob das Ganze was für Sie ist und die Wartezeit etwas zu verkürzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!